Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Erklärvideos zum Thema iMovie. Wenn man alle Angaben in der Übersicht angepasst hat, wechselt man in den Reiter Storyboard. Hier sieht man nun eine Übersicht über die Teile des eigentlichen Trailers, die eingeblendeten Videos und Fotos, sowie die Texte, die dazwischen angezeigt werden. Auch im Storyboard sieht man links oben wieder die Vorschau des Trailers. Änderungen auf der rechten Seite werden in der Vorschau sofort angezeigt. Welches Element des Trailers man gerade bearbeitet, erkennt man an dem roten Strich und dem blauen Rahmen. Anhand der Vorschaubilder für die Videos oder Fotos kann man erkennen, welche Art von Aufnahme hier für den Trailer vorgesehen ist. Das ist allerdings nur ein Vorschlag und man muss sich nicht daran halten. Mit dem Storyboard als Übersicht kann man aber gut planen, wie der fertige Trailer am Ende aussehen soll. Diesen Plan kann man sich auch aufschreiben oder aufmalen, damit am Ende auch wirklich alles stimmt. Auch im Storyboard gibt es Textelemente, die man ändern kann. Zum Ändern tippt man ein Textelement einfach an. Wenn die Tastatur nicht eingeblendet wird, tippt man das Textelement nochmal an. Jetzt geht es aber endlich richtig los mit dem Trailer. Wir fügen zuerst ein Foto ein. Dazu wählen wir den Clip, in den wir das Foto einfügen möchten, durch Antippen aus. Jetzt wählen wir unten links aus, dass wir in diesen Clip ein Foto einfügen möchten. Anschließend werden verschiedene Speicherorte auf dem iPhone oder iPad angezeigt, an denen die Fotos sein können. Wir wählen hier den richtigen Speicherort aus und fügen das Foto durch Antippen in den Clip ein. Nach dem Einfügen eines Fotos wird automatisch der nächste Clip aktiviert und wir könnten sofort das nächste Foto einfügen. In den nächsten Clip möchten wir aber ein Video einfügen. Wir wählen also unten links Video aus. Auch hier werden uns wieder verschiedene Speicherorte angezeigt. Wenn wir unsere gespeicherten Videos jetzt ansehen, fällt vielleicht auf, dass manche der Videos grau sind und man sie auch nicht auswählen kann. Das bedeutet, dass das Video zu kurz ist für den Clip, in den es eingefügt werden soll. Auf dem Vorschaubild des Clips steht, wie lang das Video für den Clip sein muss. Wenn ein Video zu kurz ist, kann es nicht in den Clip eingefügt werden. Unser Video ist zum Glück lang genug für den Clip. Wir wählen also dieses Video durch Antippen aus. Auf dem Video wird nun ein gelber Rahmen angezeigt, mit dem wir auswählen können, welcher Teil des Videos in den Clip eingefügt werden soll. Der gelbe Rahmen lässt sich nach vorn oder hinten verschieben, je nachdem, wie lang das Video ist. Man kann auch eine Vorschau vom ausgewählten Teil des Videos ansehen. Dazu drückt man auf den kleinen Play-Button, der neben dem ausgewählten Video angezeigt wird. Wenn man mit dem gewählten Teil des Videos zufrieden ist, drückt man auf das Plus, um das Video in den Clip einzufügen. Auch hier wird automatisch der nächste Clip aktiviert und man kann sofort weitermachen. 2 1 1 2 2